Tipps zur Aufzucht eines Pitbull-Welpen Ob Sie einen neuen Pitbull adoptieren oder kaufen, recherchieren Sie. Viele seriöse Züchter sind stolz darauf, Welpen mit ausgezeichneter Gesundheit und Temperament zu züchten. Doch oft ist das Gegenteil der Fall, bei sogenannten Züchtern, die nur auf das schnelle Geld aus sind. Die Wahl eines gesunden und gut gezüchteten Welpen ist der erste Schritt, um zu lernen, wie man einen Pitbull-Welpen gesund aufzieht. In meiner jahrelangen Praxis habe ich viel zu viele Fälle von Gesundheitsproblemen bei Pitbulls gesehen, die hätten verhindert werden können, wenn die Besitzer es besser gewusst hätten. Dies gilt insbesondere für Welpen und das Wissen, wie man einen Pitbull-Welpen richtig aufzieht. Wo fangen Sie an? Bei der Rettung aus einem Tierheim oder einer Hundeettungsstation Sie werden wahrscheinlich nicht auf viele Informationen über den Pitbull-Welpen zugreifen können. Es liegt an Ihnen, dem Zentrum viele Fragen zu stellen, was Sie unbedingt tun sollten. Sie wissen vielleicht, wer der Züchter ist und ob Wurfgeschwister unter medizinischen Komplikationen gelitten haben. In diesem Podcast gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick darüber, was Sie über die Adoption wissen müssen ein Pitbull-Welpe. Beachten Sie, dass es eine zeitaufwendige Erfahrung sein wird, nachdem Sie Ihren Pitbull-Welpen zum ersten Mal nach Hause gebracht haben. Du wirst die Geduld eines Heiligen brauchen. Achten Sie darauf, ihn langsam auf ein neues Futter umzustellen, da Durchfall bei Welpen schnell zu Dehydrierung führen kann, was tödlich sein kann. Besprechen Sie auch den wichtigsten Teil der gesunden Aufzucht eines Pitbull-Welpen und das sind das Training, die Fütterung und andere Notwendigkeiten, um die Sie sich kümmern müssen. Denken Sie daran, dass grundlegendes Gehorsamstraining und Töpfchentraining erst mit acht Wochen alt beginnen sollten. Wenn Sie konsequent bleiben, können nur wenige Wochen engagierter, häufiger Trainingseinheiten erforderlich sein. Trotz aller Stereotypen über Sie sind Pitbulls eine fantastische Rasse und können wirklich ein Haus machen, ein Zuhause. Als Tierarzt waren die meisten Pitbull-Rassen, die ich getroffen habe, wundervolle, ruhige und gehorsame Hunde. Aber um einen Pitbull aufzuziehen, braucht ein Besitzer viel Hingabe und gutes Wissen mit Erfahrung. Wie die meisten Pitbull-Besitzer bestätigen werden, sobald Sie einen gut erzogenen Pit kennengelernt haben zur Bulldogge, Sie werden wahrscheinlich von der Rasse begeistert sein. Aber wenn Sie immer noch unschlüssig sind, warum wenden Sie sich nicht an einen Züchter vor Ort? Teilen Sie ihnen Ihre Bedenken mit und fragen Sie, ob Sie vielleicht vorbeikommen und Ihre Hunde kennenlernen könnten, um mehr über Ihre Erfahrungen mit der Rasse zu erfahren. Vor diesem Hintergrund ist hier, was Sie darüber wissen müssen, wie man einen Pitbull-Welpen gut aufzieht. Eine der häufigsten Arten von Aggression, die bei Pitbulls, sogar Pitbull-Welpen, beobachtet wird, ist Ressourcenschutz und insbesondere Aggression im Zusammenhang zu Ihrem Futter. Die Diskussion über Futteraggression und Ressourcenschutz ist unerlässlich, wenn es darum geht, wie man einen Pitbull-Welpen gut aufzieht. Von Anfang an sollten Sie jedem Welpen beibringen, dass er futtersicher isst, was bedeutet, dass er Ihnen erlauben wird, ihm sein Futter ohne Anzeichen von Aggression zu nehmen, und er wird auf einen Wartenbefehl, bevor er sein Essen isst. Nun, hier fangen Sie mit der Futteraggression in Pitbulls an. Ab der ersten Fütterung sollten Sie den Futternapf Ihres Welpen auf den Boden stellen und Ihre Hand auf den Napf lassen, während er frisst. Sie können dann den Hundefutternapf aufheben und auf den Boden stellen. Hunde, die aggressiv sind, kneifen oder knurren oft jeden an, der versucht, ihr Futter zu entfernen oder zu bekommen nah dran. Wenn Sie mit diesem Training beginnen, wenn Ihr Welpe jung ist und Ihnen keinen wirklichen Schaden zufügen kann, wird die Sache viel einfacher. Wenn Sie sein Futter entfernen, wenn er knurrt oder sie knabbern will, entfernen Sie das Futter weiter und ersetzen Sie es erst, wenn es sich beruhigt hat. Fahren Sie damit fort, bis er aufhört, aufhebens zu machen. Wenn er Ihnen das zum ersten Mal erlaubt, ohne zu knabbern oder zu knurren, loben Sie ihn bereitwillig. Selbst wenn Ihr Welpe zu einem Erwachsenen heranreift, empfehlen Experten, diese Übung in regelmäßigen Abständen durchzuführen, um sicherzustellen, dass er mit der Zeit nicht stolz wird. Trainieren Sie zuerst Ihre Grundkommandos bevor Sie dies beibringen, bringen Sie Ihrem Welpen am besten Sitz und bleib bei Befehle. Sobald er diese beiden Befehle kennt, wird es viel einfacher, ihn auf sein Essen warten zu lassen. Sie beginnen damit, dass Sie seinen Futternapf in der Hand halten, während Sie auf dem Boden knien vor ihm. Wenn der Futternapf von ihm weggehoben ist, bitten Sie ihn, sich zu setzen und dann zu bleiben. Sobald er in dieser Position ist, wiederholen Sie den Befehl, bleiben. Wenn er sich aus seiner Sit-and-Stay-Position bewegt, wiederholen Sie diesen Befehl, bis er lernt, an Ort und Stelle zu bleiben, während das Essen auf dem Boden liegt und Sie Ihre Hand weggenommen haben. Indem Sie ein Essenszeitwort verwenden, machen Sie dies viel einfacher. Einige Besitzer sagen gerne Futter. Diese Konditionierung ist sowohl für Welpen als auch für erwachsene Pitbulls sehr wichtig. Haustraining eines Pitbull-Welpen Wir könnten nicht darüber sprechen, wie man einen Pitbull-Welpen großzieht, ohne über Hauserziehung zu sprechen. Ein stubenrein ausgebildeter Welpe ist ein Glücksfall. Das Gegenteil macht überhaupt keinen Spaß. Mit Geduld, Zeit und positiver Verstärkung können Sie Ihrem Welpen innerhalb weniger Wochen beibringen, draußen aufs Töpfchen zu gehen. Denken Sie daran, dass Stubenreinhaltung nicht bedeutet, dass Sie Ihren Welpen verlassen können, pupst er den ganzen Tag drinnen ohne Unfälle. Tatsächlich kann die Blase eines zwei Monate alten Welpen nur Urin für etwa zwei Stunden halten und jeder neue Pitbull-Welpenbesitzer sollte sich dessen bewusst sein. Folgen Sie diesen Schritten, um Ihren neuen Pitbull-Welpenbegleiter ganz einfach stubenrein zu machen. Erster Fütterungsroutine Der Verdauungstrakt eines jungen Welpen ist äußerst effektiv. So sehr, dass er mit ziemlicher Sicherheit zwischen 5 und 30 Minuten nach dem Essen und oder Trinken aufs Töpfchen gehen muss. Wenn Sie Ihren Welpen zum ersten Mal füttern, behalten Sie ihn gut im Auge. Sobald er aussieht, als müsste er aufs Töpfchen gehen, bringen Sie ihn nach draußen. Notieren Sie, wie lange es zwischen dem Essen und dem Erleichtern verging. Das gibt dir eine ziemlich gute Idee für zukünftige Töpfchenpausen. Zweite suchen Sie sich einen Platz fürs Töpfchen aus. Einen Platz zu haben, an dem Ihr Hund sein Geschäft verrichtet, wird es sowohl für ihn als auch für Sie einfacher machen. Sie können ihn auf einen kleinen Bereich beschränken, indem Sie ihn ganz am Anfang an die Leine nehmen. Dies wird ihn im Kreis der Töpfchen halten. Dritter Sprachbefehle Ein Wort oder Geräusch zu haben, das Sie verwenden, um ihn zum Töpfchen zu ermutigen, ist ein absolutes Muss. Wenn Sie für ein paar Stunden ausgehen müssen, wird die Möglichkeit, Ihren Hund herauszunehmen und ihn dazu zu bringen, zu gehen, bevor Sie gehen, die Wahrscheinlichkeit kleiner Unfälle erheblich verringern. Egal, ob Sie ein Wort, einen Satz oder einen Ton verwenden, bleiben Sie konsequent. Vierte positive Verstärkung Ihr kleiner Pitbull ist mit ziemlicher Sicherheit ein freundlicher kleiner Kerl, und er lobt ihn sehr. Genau wie wir alle freut sich, Ihr Hund zu hören, dass er eine gute Arbeit geleistet hat. Sobald er also auf die Toilette geht, ist es so wichtig, ihn wissen zu lassen, dass er genau das getan hat, was Sie wollten, Ihr Sprachbefehl Ihrer Wahl, seien Sie geduldig. Vielleicht müssen Sie beim ersten Mal 30 Minuten dastehen, aber bleiben Sie dabei. Dann, sobald er aufs Töpfchen geht, sag ihm, was für ein guter Junge er ist. Machen Sie immer so weiter, aber ganz am Anfang sollten Sie viel lauter sein. Fünfte Unfälle passieren Bei jedem Hund reagieren Sie viel besser auf Positivität als auf Negativität. Deshalb wollen wir einen Welpen niemals bestrafen, wenn er einen Unfall hatte. Unfälle passieren Das Wichtigste ist, dein Töpfchentraining fortzusetzen und ihn zu belohnen, wenn er es richtig macht. Gehorsamstraining für Pitbull-Welpen Ihr Hund ist voll in der Lage, im Alter von 8 Wochen mit dem Grundgehorsamstraining zu beginnen. Befehle, die wir bereits oben besprochen haben, wie sitzen, bleib, komm und platz, werden dir in allen Bereichen der Erziehung eines gehorsamen Pitbull-Hundes helfen. Das fortgeschrittenere Training, wie zum Beispiel Hunde-Agility-Training, wird normalerweise verschoben, bis er ungefähr 6 Monate alt ist. Welpen sind Großenergiebündel und der Schlüssel zu ihrer Ausbildung liegt darin, die Trainingseinheiten kurz zu halten. Am Anfang sollten die Sitzungen nur 2 bis 5 Minuten am Stück dauern. Wie ich bereits erwähnt habe, ist Positivität immer der Weg, einen Pitbull-Welpen zu trainieren. Indem sie ihren Hund für ein gut ausgeführtes Kommando loben, ihn korrigieren, wenn es nicht ganz richtig läuft, und es dann erneut versuchen, wird er lernen, weil er es will. Hundetraining wird eine positive Erfahrung für ihren neuen Pitbull-Welpen sein, im Gegensatz zum Lernen aus Angst vor den Auswirkungen, es nicht richtig zu machen, was niemals funktionieren wird. Professionelle Hundekurse sind die beste Art, einen jungen Hund zu erziehen, und es geht auch am schnellsten, da Hundetrainer wissen, was sie tun. Sie können jedoch ziemlich teuer sein, daher werden Hundebesitzer immer ermutigt, zuerst selbst Hundetraining zu lernen. Es gibt Tools, die Ihnen helfen, Ihren Pitbull zu trainieren, welten schneller. Ein äußerst erfolgreiches Hundetrainingstool, das Sie Ihrem Arsenal hinzufügen können, ist der Klicker. Ein Klicker für das Hundetraining ist, einfach ausgedrückt, ein winziges Gerät aus Kunststoff oder Metall, das beim Drücken ein Klick-Geräusch von sich gibt. Sie können diese in den meisten Tierhandlungen finden oder online bestellen. Das Grundprinzip des Klicker-Trainings bei Hunden besteht darin, das Geräusch als beständige und ruhige Art zu verwenden, um Ihrem Hund zu sagen, gut gemacht, du machst es richtig, eine Belohnung ist unterwegs. Viele gehen davon aus, dass der Klick selbst die Belohnung ist, aber tatsächlich empfehlen Experten die Verwendung von Stimm- oder Essensbelohnungen in Verbindung mit diesem Trainingstool, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Sozialisierung Ihres Pitbull-Welpen, wie wir bereits besprochen haben, die Rasse Pitbull können anfällig für Hundeaggression sein, da sie oft als Kampfhunde gezüchtet wurden. Es ist wichtig, etwas über die Sozialisierung Ihres Haustieres zu lernen, wenn Sie verstehen, wie Sie einen Pitbull-Welpen gesund und sicher aufziehen mit einem wohlerzogenen und freundlichen Hund, was der Schlüssel zu einer guten Beziehung ist. Einen Pitbull mit Erwachsenen sozialieren Sobald Ihr Pitbull-Welpe nach Hause kommt, werden Ihre Freunde höchstwahrscheinlich schreien, wenn Sie ihn besuchen kommen. Dies kann eine großartige Möglichkeit sein, Kontakte zu knüpfen, aber machen Sie alle Regeln mit Ihren Freunden klar. Wenn Sie zum Beispiel nicht möchten, dass Ihr Hund hochspringt, lassen Sie Ihre Freunde wissen, dass sie ihn sanft von sich stoßen sollen, um das Verhalten zu unterbinden. Einen Pitbull mit Kindern sozialieren Wie Ihre erwachsenen Freunde sind auch Kinder weniger in der Lage, ihre Aufregung um Welpen zu kontrollieren. Indem Sie sie zuerst durch die Tür einer Kiste oder eines Welpengitters einführen, können sich beide Seiten beruhigen, bevor Sie sich zum ersten Mal im Freien treffen. Kinder werden Kinder sein, aber stellen Sie sicher, dass Sie die Kinder, die Ihren Hund besuchen, positiv verstärken. Indem Sie ihm mitteilen, welche Spiele er gerne spielt und welche Hausregeln gelten, werden Sie wahrscheinlich viel Spaß mit Ihrem Fido haben. Einen Pitbull mit anderen Tieren sozialieren Wenn Sie lernen, wie man einen Pitbull-Welpen großzieht, ist es wichtig, dass Sie verstehen, wie Sie Ihr Haustier richtig mit anderen Hunden und Katzen sozialieren. Auch wenn Sie keine anderen Haustiere zu Hause haben, wissen Sie nie, wann Sie beim Tierarzt, in einem Hundepark oder auf der Straße einem anderen Hund begegnen Straße oder wenn Sie Freunde und Familie besuchen. Sie möchten, dass die ersten Erfahrungen Ihres neuen Pitbull-Welpen mit anderen Hunden und Katzen positiv sind. Wenn Sie einen Haushalt mit mehreren Hunden oder Haustieren haben, stellen Sie jeden Hund einzeln vor. Beginnen Sie zuerst mit dem hundefreundlichsten und ruhigsten Hund. Wenn Sie nicht das Glück haben, Ihr eigenes Rudelhündchen zu haben, fragen Sie einen Freund mit einem gut erzogenen Hund, ob er das tut würde, erwägen, sich zu einem Sozialisierungstraining zu treffen. Viele Besitzer unternehmen große Anstrengungen, um sicherzustellen, dass Ihr Haustier menschen- und hundefreundlich ist, wenn Sie lernen, wie man einen Pitbull-Welpen aufzieht, aber Sie können es Tiere nicht vergessen. Sie wissen nie, wann Sie auf einem Abenteuer mit einem Hund auf eine Katze, ein Pferd oder ein anderes Haustier stoßen. Machen Sie Ihren Hund von klein auf mit Katzen, Pferden, Vögeln und Nutztieren bekannt, kann für viel schönere Spaziergänge auf dem Land und sogar in der Stadt sorgen. Und wenn Sie jemals einen Freund zum Hundesitzen brauchen, kann es auch helfen, Probleme mit seinen Haustieren zu vermeiden. Viele Freude mit Ihrem Pitbull!